Jetzt Fernsehen schauen und dabei Geld sparen, das ist doch etwas. Grillieren an einem schönen Sommerabend ist toll. Aber Achtung, Grilladen enthalten oft versteckte Fette. Eine Alternative sind da die neuen Fitnesswürste von Goop aus 100% Flügelfleisch. Die Servilla, Wienerli und Bratwürste sind ein echter Genuss. Das haben offenbar die Spezialisten auch schon lange entdeckt. Zum Schluss wie immer ein Aktionshinweis. Inländische Gurken kosten morgen bei Goop pro Stück nur 1 Franken. Viel Vergnügen beim Sparen und auf Wiedersehen.